Hakan, mach mal bitte nur einen Ball von dir. Einen Ball von dir. Nee! Warte mal ganz kurz, Imad. One time. Jetzt hier den Magic Ball. Boah, ich bin richtig kalt. Der soll sich nicht verletzen vor Champions League. Ich versuch, ich versuch. Ich geb mein Bestes. Imad, jetzt. You have to watch. Ich versuch. Ich versuch. Bro, mit Condor. Ich versuch. Ich versuch. Ja, das ist er. Eckehaft gut gespielt. Eckehaft gut gespielt. Eeeh. Gut. Wenn ihr den Ball zur Seite hängt, ihr müsst unter dem Ball reingehen. Guck mal hier. Erklärt ihr den grad einen englischen Ball? Der Ball muss so einen Hülp haben. Guck auf meinen Fuß. Ich muss nicht mal... Du musst so. Verstehst du? Ihr müsst unter dem Ball reingehen. Alle! Verstehst du? Ihr müsst reingehen. Jedes Mal. Du kannst auch so stehen. Und du kannst ihn so schmuckern. Verstehst du? Ja, er ist so ein ... Warte. Er ist so ein ... Hä? Ich find das so krass, dass die ... Dass die so viel Stress haben beim englischen Ball. Das ist so krass. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.